na dann antonio wir werden die verräte einfach mal eliminieren so wie du das möchtest ach dann geht er nicht hoch dafür müssen wir jetzt aber erst mal weil ich möchte das gerne so und dann wenn wir das einfach tun ach verdammt ich muss ja dann kreis drücken habe ich völlig vergessen also muss ich ja auch suchen die alten arschkrampen vor allem wenn man sich mal bitte anguckt wie groß dieses areal ist ja genau die werden sich bestimmt irgendwo hier auf irgend so einem komischen schiff wahrscheinlich auch aufhalten ist doch scheiße kann ich von hier runterspringen aber hier kann ich nicht verdammt ja 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 du mich auch kann ich hier darf ich hier ein bisschen boots fahren boots fahren darf ich boots fahren oder könnten die sich schon in die rosa ich habe ihn gefunden okay ja 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 also ich weiß schon wo er ist und kann ich ihn eintauchen los auch ein erziehung wir müssen weg und ich muss auch lenken okay mein problem ist natürlich folgendes ach der ist so weit weg verdammt okay dann muss ich noch mal runter muss ich da auf diese da hinten auf diese stecke er ist hier so warte mal deine mutter ist hier so viel mal dazu mein freund warte mal komm ich hier überhaupt hoch jetzt kannst du wieder auftauchen kein problem erzio ja sehr schön ihr habt mich nicht gesehen weg doktorio ich habe keine zeit für dich nein ich möchte euch nicht anhören sehr beeindruckend sehr beeindruckend sehr beeindruckend spasten nervt doch nicht schrieg mal ab kinder start ist doch blöd so moment ich muss ja mal ja 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 ich bin weg ich bin weg ach am arsch bleibt der hier drauf ach der verblüßt ach der wird sich verblüßen ach du bist doof ach der hat sich selbst eliminiert ey was soll denn das ach ist der bescheid ach das ist der blöd ja so schnell kann es gehen ich musste noch nicht mal ein finger krumm machen um ihn zu töten er macht es einfach selber finde ich extrem gut Alter ich komme nirgends vorher ihr kennt mich nicht ihr wollt mich nicht kennen und überhaupt äh hallo meine Damen sehr erfreut ja das fand ich jetzt nicht schlecht muss ich ja mal ehrlich sagen so was hier hier darf ich noch nicht hin warum darf ich ihn gar nicht hin das ist nämlich verarschen hmm ja bin ich that's it my friend ja gebiet noch nicht verfügbar ich hab's doch begriffen man ist doch gut äh aber hier darf ich doch mich trotzdem aufhalten also ich muss da erstmal irgendwie ah guck mal hier ist das nächste gebiet wo ich jetzt quasi eingetaucht bin jetzt muss ich ihn finden den kleinfall raider wo wer wo ist hier hier ist niemand so hab ich ne hab ich natürlich nicht hmm mhm okay wenn ich dann nicht hier oben sein sollte dann geh ich einfach runter hier ist hier aus Blei und Granatapfel gebraut ideal für die Leber so ich bin eigentlich schon so hi Jungs oh Gesundheit ja wo hält sich der Spasti auf kann ja quasi überall sein und man muss ja ab und zu auch nochmal den Modus verlassen im Namen des Rates der 10 verkünde ich dass ihr alle scheiße seid wir Straßenmusikanten mhm kommt her Leute ach was will ich denn mit Kunst hier papalapap zappzerap so mhm 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 compareter aber wo 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 könnte er denn sein ich weiß es nicht hier sind ein paar Nüden ja wohl Spaß ich hab aucune Ahnung wo der sein soll ist der hier vielleicht irgendwo auf dem Dach drauf wir wissen es nicht nee da ist es nicht da ist es auch nicht muss man ein wenig höher Ich muss mich an eine höhere Stelle begeben Da hinten, ich habe ihn gefunden, juhu Komme ich hier hoch? Jawohl Ich komme hier hoch Los, Ezio Jetzt brauche ich das zumindest nicht mehr, ich weiß ja wo er ist Och du meine Güte Ach hier Oh, du fällst eh gleich runter Na gut, komm, wir machen es mal Ganz einfach, du greifst mich an und ich töte dich Finde ich eigentlich ziemlich gut So, nein Ach, jetzt ist er runtergefallen Das finde ich jetzt nicht so schön, ich wollte ihn nur noch ausplündern Vielleicht hat er Geld Aber na gut Dann kann ich das halt nicht machen Ach komm Ja, 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 ja Ich bin doch schon weg, alles ist gut Runter oder stirb Und mal diese Aggressivität Von euch Ihr müsst mal ein bisschen chillen, meine Freunde Alter, wo ist denn das? Ist das Geräusch hier oder ist das bei mir draußen irgendwo? Ich weiß es auch nicht Könnte aber auch bei mir draußen sein Ich habe ja Fenster offen Tja Es ist ja doch relativ warm Da brauche ich bei mir mit meinem komischen hässlichen Flachdach Weil ich wohne ja ganz oben Direkt unterm Dach Staut sich immer schön die Hitze Wenn ich den Balkon noch nicht aufmache oder so Dann ist es vorbei Dann gehe ich hier binnen Zwei, drei Sekündchen ein Rüstungen wie für einen Kaiser Und preis auch Wo? Rüstungen wie für einen Kaiser und preis auch Ich bin quasi beides Ich habe Grafen, Prinz Gib Erstmal reparieren, bitte Ja, sehr schön Rüstung Was hast du denn? Metallstiefel Ja, am Arsch Die sind voll teuer Warum sind die denn so teuer, ey? 12.000 Deine Mutter hier Könnte ich mir gar nicht leisten Ich könnte mir Kann ich mir beides leisten? Ja Eigentlich schon, oder? Ach komm, wir gönnen uns ja sonst auch nichts Also Hauen wir einfach mal hier auf die Kacke Ich müsste mir auch mal Waffen kaufen Ah, da brauche ich aber ganz viel Geld ohne Spaß, ey Das Ding sieht auch aus, ha Ich will mir alle Waffen kaufen Ich kaufe mir erstmal hier Die Messer Und ich würde sagen Ich kaufe mir nochmal drei Rauchbomben Dann habe ich mir fast kein Geld mehr Finde ich doch Super Dann kann ich wieder Like a ninja Ja, genau Ich wirke nur so, als ob Der Wert ist wieder gestiegen Das finde ich super Super, super So, wo ist denn der letzte Farader? Wo ist die alte Kackwurst? Ah, ist bestimmt wieder auf dem Dach drauf, ne? Aber bei Das wäre jetzt langweilig Andererseits ist es ein Dieb Und die sind ja gerne mal auf Dächern Unterwegs Die werden jetzt eh alle rumheulen Runter vom Dach Runter, runter Runter, runter Er muss aber nicht zwangsläufig Hier oben sein Also er kann durchaus auch Irgendwo Unten sein Was? Hä? Was ist das? Was macht ihr denn jetzt hier? Hier Schisse So nicht Ich will gar nicht, dass sie mit mir mitkommt So Da ist erstmal eine Feder Da ich ja gerade hier bin Kann ich mir die einfach mal Schneggeln Das ist mir doch schön Ah Ich hab ihn gefunden Ich kann mich um die Gruppe Die ich angeblich angeheuert hab Gar nicht kümmern Aber es sind noch mehr Verräter am Start, wa? Erstmal du tot So Du willst auch noch Ärger, oder was? Ja gut Dann kriegst du den Pass mal auf Hier Erstmal so Und ich würde sagen So Und überhaupt Also noch hast du Okay, du hast die Chance Hättest du gehabt Aber jetzt ist es vorbei Lass mich los Lass mich los Ja, mach ich Tschüss So, das war's Heißt Wieder zurück Wieder zurück Zu Antonia Zur Hilfe Zur Hilfe Ich müsste auch mal langsam wieder nach Monteregiani Geh mal weg, ja Weg, ja Habe ich gesagt Ähm Ja, ich will doch überhaupt gar keine Fraktionen anheuern Und entlassen Und überhaupt Ich hab die gar nicht angeheuert Also von daher verstehe ich euren Dingsbums gar nicht, ja Da ist überhaupt nichts drin Was bewacht Ach, geh weg Na, ich nicht Oh, Moment Ich muss mal ganz kurz hier was gucken Ähm Ne, Datenbank Zuletzt Ah, das Ding hab ich sogar schon gefunden Okay Ach stimmt, hier kann man das Okay Romagna ist completed mit den Assassinengräbern Und mit den Rätseln Genauso wie die Toskana und wie Florenz Hier fehlen mir noch Zwei, die zwei Assassinengräber Und noch vier Rätseln Aber ich hab soweit alles schon gesehen Da kommen ja noch einige Gebäude dazu Weil Ich glaub die Stadt ist ja wie gesagt Ein bisschen größer Hier wird sich ja jetzt Ah, das glaub ich nicht Hier wird sich ja der restliche Haupt Teil des Spieles Äh, wie sagt man Ah, wie sagt man Ach komm Äh, geh du runter Geh du runter du Spassi So, lass mich doch mal hier vorbei Ja, spring hier rüber Bring dich um Ezio Jawohl So find ich das super Du weißt schon Wie der Hase läuft Ich bin ja begeistert von dir Ach, als ob der noch weiß Wo ich bin, ey Ohne Witz Na, wo kann man sowas lernen? Oh Okay Komm, greif mich an Oh Ach komm, weißt du was hier Super gemacht Super gemacht Ja, ihr könnt mich bejubeln Ich bin euer Held Im wahrsten Sinne eigentlich Ich hab ja auch eure Leute gerettet Weil ihr selber Nicht dazu in der Lage wart Ja So schaut das aus Weil ich bin gleich da Dann hoffe ich Geht sein Plan endlich mal weiter Aber ich muss bestimmt noch irgendwelche anderen Blöden Sachen machen Ach Ezio Nicht immer einfach irgendwo runter Spring du Typ du Alles muss raus Mit Antonio und seinen Dieben zusammenarbeiten Um Emilio zu besiegen Okay Nein, Spiegel Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor Ezio Wir sind jetzt breit Sagt mir nur, was getan werden muss Und ich erledige es Ihr nährt euch von oben Im Schutze der Nacht Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert Tötet sie Aber tut es leise Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen Was ist mit den Wachen Habt ihr die Bogenschützen erledigt Formieren wir uns vor diesem Gebäude neu Und planen die nächsten Schritte Kein Problem Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück So machen wir es Hals und Beinbruch Äh Machen wir es so Na gut Dann werde ich die mal alle erledigen Das ist ja kein Problem für mich Fünf Stück Ah Ich mache sechs draus Ich lege noch einen oben drauf Weil ihr es seid So Ich habe ja auch meine Messers wieder am Start Das heißt ich kann die auch schön Alle ohne dass ich sie berühren müsste töten Finde ich natürlich schon nicht so verkehrt Und das Ja Ich werde mich Ich werde mich Also Ich werde mich daughter Ich wurde mit